Ich will doch nur Anime schauen. Nur Anime schauen. Mann, was für ein scheiß Tag schon wieder will. Mann, ich werd echt zu alt dazu. Was mach ich jetzt mit meinem Feierabend? Bisschen Longboard fahren? Trainieren gehen? Oder irgendwas für YouTube? Ich hab's! Animes schauen. Der perfekte Plan für den Feierabend. Ja, was ist? Yo, Alter! Hast du meinen Rasierer irgendwo gesehen? Keine Ahnung, mehr soll ich wissen, wo du dein Zeug hinmachst? Okay, natürlich. Ciao! Weiter geht's! Stefan, es gibt Essen! Och, Mann, ey! Okay! Okay, Mann, ich komme! 15 Minuten später! So, jetzt aber! Oh! Oh, verdammt! Wo ist jetzt die scheiß Fernbedienung? Mann! Wo ist diese Fernbedienung? Was? Ja, Alter! Du hast nicht zu viel meinen Mastfuß irgendwo gesehen? Nein, Mann, woher denn überhaupt? Und was ist das überhaupt? Ja, zum Surfen? Mann, Junge, es ist Wetter! Okay, ciao! Mann, ich dreh hier noch durch! Mann, was ist diese verdammte Fernbedienung? Ja, da ist sie! Oh Gott, ja! Und jetzt endlich! Stefan, der Strom ist weg! Ja, was zum... Warum? Oh Mann, nein! Das ist... So langsam klau' ich das nicht mehr! Das kann doch jetzt nicht wahr sein! Ja? Was gibt es denn, Chef? Wir haben leider einen Notfall im Büro. Jemand ist ausgefallen. Okay. Und Sie müssten jetzt halt vorbeikommen. Okay. Ja. Bin unterwegs. Ja, was ist? Oh, Alter! Wolltest du nicht Animes oder so gucken? Ja, Konnichiwa Minasan und Hallo! Und vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt! Wie immer würde ich mich über viele, viele Däumchen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr dürft euch auch schön unten in der Kommentarbox auslassen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein richtig cooles Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag wieder bei Japan World. Bis dahin, Matsane!